Das sind zum Beispiel auch noch einige meiner Arbeiten jetzt als Visitenkarten in kleinen. Kleine Kunstwerke kann sich jeder mitnehmen. Das ist auch limitiert. Danach werde ich, da ich so viele Bilder habe, wieder andere Bilder dafür auswählen. Das ist jetzt ein Himmelbild. Da ist jetzt eine Wolke mit eingeschlichen. Und so weiter. Und und und. Unendlich viele. Das ist eigentlich Krabbe. Aber so hat jeder seine eigenen Vorstellungen und kann auch das interpretieren, was er sieht. Und so wiederholt sich das ein bisschen. Das ist eigentlich Hommage an Paul Play. Ja. Das ist ein Engel, auch aus der Waschstraße. Ja. Und und und. Ein ganz kleiner Auszug aus Millionen von Bildern, die ich habe. Ja. Und alle drauf warten mal, ins Off zu kommen. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020